YouTube-Land ändern Sie können Ihren bevorzugten Standort auf YouTube über Ihren Computer, die YouTube-App oder Ihren mobilen Browser auswählen. Sobald Sie ein Land ausgewählt haben, wird YouTube aktualisiert und zeigt Ihnen in den Abschnitten empfohlen, Trends und Neuigkeiten verschiedene Videos an. Wenn Sie Ihr YouTube-Land ändern, ändert sich nur die Reihenfolge, in der einige Inhalte angezeigt werden. Melden Sie sich dazu bei Ihrem YouTube-Konto an. Jetzt bin ich hier in meinem Konto angemeldet. Tun Sie dies und klicken Sie dann oben rechts auf diese Option. Klicken Sie nun auf diese Option unten in diesem geöffneten Menü. In diesem Abschnitt können Sie jedes gewünschte Land als Standort auswählen. Die Länder, die Sie auswählen können, sind alle in dieser Liste aufgeführt. Ich möchte beispielsweise Dänemark auswählen. Bitte leaken und abonnieren, bevor Sie fortfahren. Oben links neben dem YouTube-Logo sehen Sie die Abkürzungen Ihres Standorts. Wie Sie sehen, hat es sich von Deutschland nach Dänemark geändert. Sie können diesen Standort jederzeit problemlos wieder ändern. Bitte leaken und Kanal abonnieren.